Das Anlagejahr 2018 war schwierig, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Denn ein Großteil der Aktien, aber auch der Anleihen- und Rohstoffmärkte hat zum Teil deutlich an Wert verloren. Beim DAX stand zum Leidwesen vieler Investoren sogar ein Minus von 24 Prozent zu Buche, und zwar vom Hoch im Januar bis hin zum Dezember-Tief. Fragen wir jetzt nach bei Vermögensverwalter Mirko Kohlbrecher von Spiekermann & Co. Herr Kohlbrecher, wie ist denn dieser Kursabschlag nun historisch einzuordnen? Seit 1988 hat der DAX über 20 Mal mehr als 10 Prozent an Wert verloren. In der Summe, im Schnitt, hat er circa 22 Prozent, also in diesen Phasen, verloren. Rechnet man die drei großen Krisen, also den Internet-Crash, die Finanzkrise und die Euro-Krise raus, waren es 17 Prozent im Schnitt. Und somit ist rein statistisch die jetzige Korrektur von 24 Prozent schon sehr weit fortgeschritten. Die Gründe für die schwächere Kursentwicklung sind natürlich schnell gefunden. Es ist der Handelskrieg zwischen den USA und China. Es sind schwächere Konjunkturdaten natürlich. Es ist auch die zunehmende politische Unsicherheit in Europa und natürlich auch die wirklich schlechte Stimmung an den Märkten. Gibt es denn da irgendwo noch positive Signale, Herr Kohlbrecher? Also wir sehen positive Signale und wir sehen sogar mehr positive als negative Signale. Wir machen das zum einen zum Beispiel an der Bewertung der Aktienmärkte aus. Das globale Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt circa 15 Prozent unter dem historischen Durchschnitt der letzten Jahrzehnte. Einige Branchen, wie zum Beispiel die Chemiebranche, notiert auf Rezessionsniveau. Wenn man aber bedenkt, dass die Weltwirtschaft in diesem Jahr mit etwa drei Prozent wachsen soll, sind diese Bewertungen schon sehr, sehr attraktiv. Kommen wir dann nochmal auf den Handelsstreit zwischen den USA und China zu sprechen. Wir gehen davon aus, dass es eine erhebliche Erleichterungsrallye geben wird, wenn es zu einer Übereinkunft zwischen diesen beiden Parteien kommt. Und wenn man bedenkt, wie stark diese beiden Volkswirtschaften mittlerweile miteinander verzahnt sind, wäre es eigentlich für beide Seiten sinnvoll, dass es auch zu einer Einigung kommt. Und abschließend müssen wir auch noch über das Zinsniveau sprechen. Wenn wir das vergleichen mit dem Jahr 2000 oder 2008, da hatten wir in Europa kurzfristige Zinsen von über 5 Prozent. Jetzt haben wir 0 Prozent Zinsen und eigentlich kaum eine realistische Chance auf eine echte Zinswende. Somit haben Aktien heute einen viel höheren relativen Wert als damals. Was bedeutet das im Umkehrschluss jetzt für den Goldpreis? Diese strukturell tiefen Zinsen sind natürlich auch sehr förderlich für den Goldpreis. Wir gehen davon aus, dass der Goldpreis einen Boden in den letzten Jahren gebildet hat und vor einer mehrjährigen Aufwärtsbewegung steht. Ein weiter wichtigerer Faktor neben den Zinsen ist auch die Inflation. Wir gehen davon aus, angefangen von den USA, dass die Staaten Inflation dulden werden, um die Staatsschulden zu reduzieren. Somit sollte der Goldpreis steigen und das sollten auch die Goldminenaktien steigen. Denn diese haben in den letzten Jahren ihre Bilanzen deutlich verbessert. Sie haben die Schulden reduziert und somit sollte jeder Anstieg des Goldpreises auch die Margen deutlich verbessern. Die schwächste Anlageklasse im Jahr 2018 waren die Kryptowährungen. Es war sozusagen für die Krypto-Jünger ein Jahr des Erwachens. Sein Crash mit bis zu 95 Prozent Kursverlusten bei Bitcoin und Co. Wie schätzen Sie hier die weiteren Perspektiven ein, Herr Kohlbrecher? Wir sehen trotz dieses Kursrückgangs weiterhin mehr Risiken als Chancen. Die Kryptowährungen kommen weiterhin nicht voran. Sie verbrauchen Unmengen an Energie und eignen sich weiterhin auch nicht als Zahlungsmittel. Und wenn man bedenkt, dass die sogenannte Blockchain-Technologie, also das Aneinanderrein von Datenketten, ja mittlerweile auch ohne die Kryptowährungen funktioniert, verkommen die Kryptowährungen eigentlich immer mehr zum Spekulationsobjekt ohne wirtschaftlichen Nutzen. Und letztlich war es immer eine Illusion zu glauben, dass die Regierungen sich das Machtmonopol des Geldwertes entziehen lassen. Wie ist jetzt Ihr Fazit, Herr Kohlbrecher? Was raten Sie dem Anleger in diesen unruhigen Börsenzeiten? Wir geben dem Anleger den Rat, Aktionismus zu vermeiden. Das ist natürlich leichter gesagt als getan in der jetzigen Phase. Aber die Psychologie des Menschen ist oft gefährlich oder hinderlich in solchen Marktphasen. Und wir als Vermögensverwalter nehmen dem Kunden diese Entscheidung ab. Und als Fazit können wir sagen, dass die hohen strukturellen Schulden eine Zinswende, die den Namen verdient, einfach nicht zulassen. Insofern haben Aktien einen höheren, relativen Wert und sind langfristig die attraktivste Anlageform. Gold- und Goldminenaktien haben einen Boden gebildet und stehen vor einer mehrjährigen Aufwärtsbewegung. Aber selbst bei Unternehmensanleihen gibt es in diesem Jahr wieder größere Chancen als im letzten Jahr. Und wenn man diese Anlageform vernünftig mischt und das mit einer flexiblen Komponente garniert sozusagen, dann sollte das einen guten Boden bilden für eine ertragreiche Anlage in den nächsten Jahren. Also vorsichtigen Optimismus höre ich daraus bei Mirko Kohlbrecher von Spiekermann & Co. mit Blick auf das Börsenjahr 2019. Herr Kohlbrecher, Dankeschön. Sehr gerne.